Warum kommen Sie eigentlich jede Woche jetzt mehr in die Therapie? Mein Boss hat gesagt, sie schmeißt mich raus, wenn ich nicht eine Therapie mache. Ihr Privatleben ist eintönig und ziemlich kompliziert. Die 14 kann weiter! Doch in der Küche hat Marta alles im Griff. Die Bluten wollte, das ist blutig. Ist das blutig genug, so? Bis eines Tages Mario auftaucht. Marta, das ist Mario. Bella Marta, ein Film über Liebe, Pasta und Leidenschaft. Nur für Geniesser. Diese Schweizer Co-Produktion ist unser Schweizer Film der Woche. Samstag, 20.15 Uhr auf S1. Tschüss. 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 Tschüss.